Hallihallo mein lieben Mumis, willkommen zu einem weiteren Part von Shadow of the Tomb Raider. So, ich habe mich jetzt ein bisschen schlauer gemacht, ob ich das jetzt alles richtig hinbekomme, weiß ich nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Können da unten nämlich doch zum Tor. Aber da hätten wir auch erstmal hinschwimmen können, anstatt zu sagen, wir müssen erstmal da irgendwas kaputt machen, damit wir da hinkommen. Nein, wir können doch da durch. Aber egal. Ich grüße euch natürlich alle recht herzlich. Wer Bock hat, gönnt sich, wer nicht, denn ich. Alles euch selbst überlasse. Komm. Tomb Raider. Lara, gib Gas hier. Die Mumis haben mich hier den ganzen Tag Zeit. Auf jeden Fall sehr, sehr nice gemacht, meine Mumis. Sehr schön. Jetzt seht ihr gut aus. So, dann können wir, glaube ich, hier hochklettern. Dann können wir hier weiterklettern. Dann müssen wir hier links rüber. Schwingen wir uns dann mit einem Koppelkontensprung natürlich nach oben. Hier müssen wir noch gar nicht ran, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann rennen wir hier rüber. Springen natürlich hier rüber. Und fallen erstmal runter. Sehr nice. War der Vorführeffekt, meine Güte. So. Gehen wir mal richtig Gas hier. Zieh, 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 zieh. So. Haben wir, meine Mumis, haben wir. Alles ganz easy hier. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Kann ich nur immer empfehlen, meine Mumis. Gönnt euch. Das hasse ich bei mir. Also, ich sterbe an Sachen, wo man gar nicht sterben kann. Immer total unlogisch. Aber ist doch nicht schlimm. Hat sich nur eine Stunde lang. Wie gesagt, dem letzten Part, meine Güte. Gönnt euch eine Cola und eine Chipshüte. Dann wird das dann. Spannend. So war Blöde, ey. So, meine Mumis. Dann müssen wir das hier kaputt machen. War frei machen, ehrlich gesagt. Oh, der Mast nehme ich schon mal hier. Komm jetzt hier hoch. Jetzt sieht alles ganz gut aus. Komm, wir auch noch hoch. Ich möchte hier nochmal gucken, ob hier was ist. Ja, hier ist aber sehr schön. Ruhig, aber ganz ruhig. Ganz ruhig, kleine. So, dann hier rüber. Ja, der Blocker. Wir sind ja dabei. So, dann seien wir uns ab hier. Die Lara, die hat da drauf, meine Mumis. Die lässt sich hier den Ruhmstich. Ich habe jetzt erst gedacht, wir müssen bis zur weißen Stelle hinspringen. Das sieht auch schon mal sehr gut aus, meine Mumis. Ich glaube, wir müssen jetzt den ganzen Dicke dann aneinander. Das ist glücklich, oder? Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Bis jetzt läuft der Pause. Was soll ich das machen, ne? Was soll ich das machen? Ja, oben hinkt auch ein Käfig. Schaut euch mal vor, ihr müsst das wirklich bewältigen. Wie krass das wäre. Ich würde mal sagen, schießt man eben auch, ne? Nice. Jetzt war das Tier auch wieder frei. Dann können wir, glaube ich, ganz locker Flocki hier rüber. Dann nach unten. Sehr nice, Mann. Sehr, sehr nice. Und noch eine Art Laurian. Hier ist ein Brief. Das nehmen wir natürlich mit, ne? Sollte, können wir nicht genug von haben. Noch ein bisschen hier? So weit von. So, sehr schön. Halten Sie unter Wasser noch länger die Luft an. Dankeschön. Danke, danke. Das sind wir jetzt. Also, wir sehen uns bei uns. Jetzt haben wir auch noch die Luft. Das ist ein sehr schönes Ernst. Das ist alles schön. Das ist ein sehr schönes Ernst. Also, wir sehen uns bei uns. Lasst du mal? hier im wassertieler müssen wir hier wieder raus ab ins wasser wieder war sehr schön cool gemacht die sache ist nur die man ihm ist wohl ich meine wir konnten unter wasser in zwei richtungen tauchen bin mir nicht sicher kann auch sein dass jetzt in falschen richtungen lassen uns überraschen von da gekommen ist man da wieder hoch oder müssen wir hier unten was machen so wie es hier aussieht ist hier nichts ja das war blöd ehrlich wie gesagt ein let's play werde ich nur noch anfangen und zu Ende machen bevor ich ein neues mache das war kacke von mir tut mir echt leid gut die sache ist die müssen wir jetzt überhaupt zurück müssen wir überhaupt zurück naja Lara übertreibt doch nicht ey meine Güte ey nervt mich doch nicht das ist schon wieder welche ich weiß wenn die Mumis wo das lang geht ich stehe mal voll die Krise voll Argo können wir nicht hier rausklettern ich hasse das schwimmen ekelhaft genau so wie wir es jetzt wie hier Schiffe fahren das soll ich meinen mal was für eine stelle wir hängen er mag sehr schön mann 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 was los mit dem also bis jetzt sieht ganz gut aus oder wir werden da nicht rauskommen oder ja heißt wir müssen wieder schwimmen oh ne wird uns auch direkt vorgegeben in die Höhle also runter da wenn wir ja jetzt auf sind wir und haben wir geht man jetzt hier schon aber noch nicht kann sich hier echt schnell verlaufen aber so wie aussieht war mir noch nicht das schon mal sehr sehr schön wie sehr stolz ich hoffe wir kommen jetzt aus dieser höhle raus das sieht gut aus rüchlerer locker flockig weißt du willst auch aus dieser höhle raus und nicht mehr schwimmen aber ich glaube nicht dass wir da runterfallen möchten auch geil dass die ganzen knochen so und jetzt die reinsätze schaffen beim ersten mal oder nicht wenn er sterben kann dann bin ich das muss man gleich einmal wechseln ruhig da ganz ruhig locker ich würde sagen wir klettern schnell hoch zusammen wechseln wir den controller sehr nice sehr sehr nice absolut geil kann ich nicht genug davon haben vom klettern mir macht das absolut spaß das sieht nicht gut aus mal in dem modus aber wir zocken jetzt weiter wir haben noch acht minuten oder sieben minuten ich glaube wenn der controller leer ist dann pausiert er automatisch das den schwimmen haben die hat eigentlich von alleine gemacht oder müssen wir den pflicht als punkt dafür benutzen ich glaube nicht ne was wird dominguez mit ihr machen hoffentlich lässt er sie leben solange er die schatulle braucht den haben wir erhalten wir können auf jeden fall jetzt unter wasser noch länger die luft erhalten als vorher nach lautlos ausschalten einen zweiten feind um einen ausschalten hoffentlich ist sie okay könnte man die auch nehmen oder nehmen wir alles blind meine mumis wir knallen jetzt alle die rein zorn der schlange drücken sie direkt um nach lautlos ausschalten einen weiteren feind zu erledigen okay sehr schön dann geht es weiter ich bin auf jeden fall bei den kumpel hier nochmal gucken ob ich ihn losschneiden kann naja komm oh mein nimmer das ist die schrotflinte alles klar das bekommen wir in diesem spiel aber ich werde jetzt ganz bestimmt nicht nochmal den ganzen weg zurückballern um dann da hin zu kommen außer wir müssen dann aber da wird sich alles von alleine erklären das freut uns doch sehr hey Lara der hat auch munition ne mitnehmen und was hast du mit meiner mama gesagt was was geil geil meine mumis auf jeden fall geil hast keine munition mehr du penner du hast ja da am armen munition du hast ja dann seinen linken armen oben drauf egal komm lassen wir ihn das müssen die verschwundenen trinity soldaten sein wir haben bestimmt alle munition ah hier müssen wir auf jeden Fall mit der schlugflinte draufballern okay schade verschwendete munition nice auf den shit habe ich gewartet mein lieben ist deswegen habe ich nur shadow of the town war da von meinen kollegen ausgeliehen der wartet auch schon lange da drauf grüße hier raus an dich ich versuche da letztendlich zu machen aber er hat es ja schon durchgespielt toll toll aber ich habe es schon echt lange nein ihr müsst ja nur gucken wann wir let's play angefangen haben so lange habe ich das schon krass krass boah bitte nichts mehr mit schwimmen mein lieben homies ey wie gesagt das ist für mich wie bei assess squid wenn man da irgendwie schiffe fahren muss black flag oder rockview boah einfach nur zu kotzen ich mag das absolut oh shit hab da gesehen wie der lang gehoppelt ist wie in so'n schlechten horrorfilm mach keinen weg wer ist da von da gekommen Lara lass es da lang gehen hat der uns gesehen ich glaube nicht waa what the fuck ey bro kennst du uns doch gar nicht man wo kommt da noch einer ey bist du dumm alter wo bin ich hier wo bin ich hier aber toll ich habe euch gar nichts getan alter ich hab euch gar nichts getan alter es geht weiter eigentlich was ist der du bist du in deinem einer ne wenn du bist 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 du ich habe angefangen Der Penner schießt in jeder Zeit. Wichser. Oh, das schön ist meine Mumis, wir sind gut produzieren. Hohoho! Ich hab genau alles, wer weg. Nein, ist es nicht, Alter. Dann kommt mal hier, kleine Motherfuckers. Ich schwöre wie Motherfuckers, meine Mumis, das muss jetzt sein. Das geht voll in Action. Her damit. Schauen wir uns erstmal rum. Leider voll. Können nur 18 Schuss für die Schatnamen, oder Pappkan, oder Schrotflinte, was auch immer. Machen Sie jetzt hier rein, jetzt überlegen Sie selber, was wollen Sie dazu sagen. Na gut, meine Mumis, dann hauen wir hier ab. Dann hauen wir hier ab, oder? Hauen wir hier ab. Ist hier noch was? So, ja. Können wir das suchen, oder so? Wir hätten dir nichts getan, so. Wisst ihr, was ich meine? Anstatt erstmal uns kennenzulernen, oder so? Nein. Wir greifen uns direkt an. Hammer. Echt, Hammer. Ja, seid ihr selbst schuld. Seid ihr selbst schuld. So. Klettern wir mal hoch. Was schön ist, meine Lieben, Homies? Wir haben unsere 20 Minuten erreicht. Wir machen es natürlich spannend hier. Perfekt auf und fangen perfekt wieder an. Krass. Was ein Gemetzel gerade. Ja? Hätte ich nicht gedacht. Mein Lieben, Homies. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Shadows und Tom weiter wieder. Auf Wiedersehen, meine Lieben, Homies. Ja. 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 Ja.